moin und herzlich willkommen zu einem neuen daily video report ja heute man nicht ganz so spektakulär wie sonst weil ich bin körperlich ein bisschen angeschlagen gibt aber trotzdem was leckeres zu essen heute damit reingucken mal lecker grünkohl und wurst kartoffeln mit zwiebeln und so weiter ist in arbeit und ich wünsche trotzdem einen schönen freitag und so weiter ich hoffe mir jetzt morgen wieder etwas besser ist das stimmt kaum hat man wirklich mal einen tag frei stimmig ist ein beschissen vielleicht kennt ihr das selber ja auch wenn man wirklich zeit hat um irgendwas zu machen weil das wetter ist draußen ja auch einigermaßen schön gerade dann geht es einfach nicht scheiße na gut was sonst also macht ihr noch einen schönen freitag und wir sehen uns dann morgen wieder zu einem neuen daily video report und vielleicht auch morgen mit einer spontanen sache die man empfährt die ich euch zeigen muss keine ahnung zum beispiel wie es war wie ich wasser kochen oder was egal abonnieren und teilen abonnieren teilen abonnieren teilen bis zum nächsten video report und tschüss